ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Tomb Raider so erstmal Mikro richten so ich muss erstmal wieder ins Spiel kommen ich hab keine Ahnung mehr Schraut Maschinengewehr Pistolen und die Bögen so wir haben das Outfit zu bisschen okay zum Aufrüsten hatten wir glaube ich nichts nö gut okay dann gehen wir mal weiter Moment ab zu unseren Freunden Horde es gibt Punkte Entschuldigung Entschuldigung voll am das klingt jetzt komisch aber voll am Stock und verschluckt oder so was haben wir denn hier Krabbel 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 dieser chinesische Dolch ist sehr alt mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung der aus dem Jahr 854 vor Christus stand Aha scharf ist er auf jeden Fall nicht mehr gut hier ist der Heli abgestürzt wo wir uns noch vorher rausretten konnten zack oh da liegt das andere Teil alles klar sehr nischt hit das Bächchen was so gluckst ich dachte gerade würde mich jetzt was essen da hinten ist wieder ein wunderschöner Geocache oh klack so okay pack doch mal den Bogen weg packt sie mal den Bogen weg nein wie kann man sich nochmal hinlegen ganz kurz nicht dass ich das jetzt viel vor Kacke im Moment äh das mit Belegung muss ich gucken die Spieloption äh 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 instinkt kuhn kampf f blablabla zoom blablabla okay k ah 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 keine Ahnung macht das Feuer aus Mensch shh f ok Okay. Ok, sie macht die Pfeile nicht aus, Das ist natürlich ein Problem. Ne. Oh, meine Wisch. Keine Ahnung. Ich schalte jetzt mal die in der Ferne aus. Bevor ich mir den Rest hole. Okay. Krieg ich nicht. Ich steh da hinten. Fuck. Okay. Jetzt. Weiter. Okay. Come on, mein Freund. Come on. Leg mich am Arsch. Alter. Läuft das selig rum? Ich denke, wir sind ein Deadlitz. Kriegt er was von dem? Wer? Okay. Hier ist der andere. Kollege. Pfeile können wir nicht nehmen. Haben wir schon genug. Wie es aussieht. Ich seh dich doch wanken, mein Freund. Haben wir ihn? Ja. Hehehehehehe. Tschüss. Scheiße. Hab ich ihn getroffen? Hab ich ihn getroffen oder hab ich ihn nicht getroffen? Äh, sieht so aus, als hätte ich ihn nicht getroffen. Wie, was? Alter. Wir haben die wie... Hä? Kann gar nicht sein, Alter. Das ist wie ver... verarschen. Ciao. Komm, du Drecksböder. Ja. Ja. Danke. Alter, Freunde, Freunde. Er lebt einfach immer noch. Ach, leck mich. Oh, komm schon. Was ist das jetzt heiliges Blechle? Aber wie haben die mich gesehen? Das geht doch gar nicht. Alter, ich frage mich jetzt gerade. Ernsthaft, wie die mich gesehen haben? Also, das ist mir ja ein Rätsel wahr. Das ist mir jetzt gerade so ein Rätsel wahr. Ich frage mich gerade echt, wie die mich gesehen haben. Die können gar nicht sein. Mensch. 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 Es geht auch noch. Immer her. Mit dem Zeug. Mensch. Oh, Feile. 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 Leider nie ist. Leider nie ist. Oh, der Typ hier. Ist leider weg. Feile. Welcher, der? Der ist da? Der? Na. Geil. Drecksack. Der Elende. Oh, okay. Hä? Äh, ähm. Okay. Ich schau nur rum. Und guck mal, dass wir viel Bergungsgut wenigstens mitnehmen. Da oben ist ein Kot, aber da komm ich glaube ich nicht hin. So wie das aussieht. Ist da hinten eine Höhle? Was? Was war? Oh. Hier ist nichts. Nee. Schade. Hier komm ich auch nicht hoch. Ein Versuchwartwert. Ein Versuchwartwert. Hm, ich krieg da hoch. Naja. Oh. Hallo, Herr Reh. Herr Reh, Herr Reh. M. M. Hä, wie macht man denn nochmal die Pfeile? Ha, ha. Hä? Ich versteh's nicht. 8 mit mittleren Maustaste ich Dummkopf müssen wir sie müssen wir da was ach du Schande Prozent okay und jetzt wohin genau oh Gott was geil geil nice move nice move zack 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 rota aha dankeschön können wir nicht da irgendwie rüber es sieht nicht danach aus ne sieht gerade nicht so gut danach aus ne 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 die kann ich bis dahinten ne naja dann auf gut Glück au hm komm ich da bestimmt anders irgendwie hoch ach ja da ist ja was aha hab ich jetzt gerade erst gesehen okay hups hoppidi hoppidi ach so ach so bääääms grab die Muni grab sie grab sie da oben ist aber irgendwie nichts besonderes oder nö nö ne ich glaub nicht okay ich spring mal da rüber da hinten lag noch was hab ich das gesehen äh shit okay das war beabsichtigt müssen da also springen und dann ich dachte gerade das wäre ein seil alter okay müssen da also springen und dann okay ach sind nur pilze alles klar pilze kriegst du das abbrennen äh ne pfff okay hopp zappidi zappidi zapp ich guck mal ganz kurz äh das dingt war auf Kuh öh 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 okay ich geh mal ganz kurz für die Karte wir müssen da hin da oh pfff das ist ja alles klar okay bedenke wir müssen direkt springen ich habe doch gedrückt ich habe doch gedrückt ich habe doch gedrückt ich habe doch gedrückt okay wir brauchen noch ein bisschen kriegen wir hin kriegen wir hin kriegen wir hin und auch es ist ein paar Vielen Dank.